Was passiert wirklich, wenn jemand Cannabis konsumiert? Wie verändern sich die Gedanken, die Erinnerungen und die Wahrnehmung der Welt? In diesem Hörbuch enthüllen wir die faszinierenden Geheimnisse und enthüllen, was wirklich vor sich geht, wenn THC in das Nervensystem eindringt. Willkommen bei Dunkle Psychologie. Dein Kanal, der dich in die dunkle Welt der menschlichen Psyche entführt. Abonniere jetzt, aktiviere die Glocke und beginne deine Reise zu tieferem Verständnis und persönlicher Stärke. Hinterlasse uns auch gerne ein Kommentar. Danke! Kapitel 1 – Wie Cannabis das Gehirn beeinflusst Cannabis hat also eine starke Wirkung auf das Gehirn und es ist wichtig, diese Prozesse zu verstehen, um die Auswirkungen des Konsums besser einschätzen zu können. Cannabis, speziell die Substanz THC, wirkt direkt auf das Gehirn. Sobald jemand Cannabis konsumiert, gelangt das THC schnell ins zentrale Nervensystem und dockt dort an spezielle Rezeptoren an. Diese Rezeptoren sind Teil des sogenannten Endokannabinoid-Systems, das wichtige Funktionen wie Schmerzempfinden, Stimmung und Gedächtnis steuert. Stell dir vor, THC ist wie ein Schlüssel, der in ein Schloss passt. Diese Schlösser sind die Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn. Wenn THC sich an diese Rezeptoren bindet, löst es eine Kettenreaktion aus. Ein wichtiger Effekt ist die verstärkte Freisetzung von Dopamin. Einem Stoff, der ein Gefühl von Glück und Belohnung auslöst. Das ist der Grund, warum viele Menschen nach dem Konsum von Cannabis ein High erleben. Aber THC verändert auch andere Prozesse im Gehirn. Es beeinflusst die Freisetzung von Neurotransmittern wie GABA und Glutamat. Diese Stoffe steuern, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Durch die Wirkung von THC werden diese Kommunikationswege verändert, was die Wahrnehmung, das Gedächtnis und die Bewegungen beeinflusst. Ein besonderer Bereich, der betroffen ist, ist der Hippocampus. Dieser Teil des Gehirns ist für die Bildung neuer Erinnerungen verantwortlich. THC stört diese Funktion, weshalb Menschen sich oft nicht gut an Dinge erinnern können, die während des Rausches passiert sind. Langfristiger Konsum kann sogar dauerhafte Veränderungen im Gehirn verursachen. THC beeinflusst, wie Nervenzellen Verbindungen stärken oder schwächen. Das kann zu bleibenden Veränderungen in der Struktur und Funktion des Gehirns führen. Kapitel 2 Kurzfristige Effekte des Cannabiskonsums Wenn jemand Cannabis konsumiert, treten die Effekte oft sehr schnell ein. Die Wirkung kann innerhalb weniger Minuten spürbar sein und kann mehrere Stunden anhalten. Diese kurzfristigen Effekte sind vielfältig und betreffen verschiedene Bereiche des Gehirns. Eine der ersten Veränderungen ist die Wahrnehmung. Farben wirken intensiver, Geräusche erscheinen lauter und die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Dies geschieht, weil THC die Art und Weise verändert, wie das Gehirn sensorische Informationen verarbeitet. Gleichzeitig kommt es zu einer Veränderung der Stimmung. Viele Menschen fühlen sich entspannt und euphorisch, weil THC die Freisetzung von Dopamin im Gehirn fördert. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der mit dem Gefühl von Belohnung und Freude verbunden ist. Doch nicht alle Effekte sind angenehm. Einige Menschen können nach dem Konsum von Cannabis Angst oder Paranoia verspüren. Das liegt daran, dass THC auch die Amygdala beeinflusst, einen Bereich des Gehirns, der für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Ein weiterer kurzfristiger Effekt ist die Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. THC wirkt auf den Hippocampus, der für die Bildung neuer Erinnerungen verantwortlich ist. Das führt dazu, dass sich Menschen oft schwer daran erinnern können, was kurz zuvor passiert ist. Auch die motorischen Fähigkeiten können beeinträchtigt sein. Das bedeutet, dass Bewegungen langsamer und weniger koordiniert ablaufen. Dies kann das Reaktionsvermögen und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen oder ein Fahrzeug zu fahren, stark einschränken. Die kurzfristigen Effekte von Cannabis sind komplex und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Es ist wichtig, diese Wirkungen zu kennen, um verantwortungsvoll mit dem Konsum umzugehen und mögliche Risiken zu minimieren. Kapitel 3 Langfristiger Konsum von Cannabis kann tiefgreifende und dauerhafte Veränderungen im Gehirn verursachen. Zu den am meisten betroffenen Bereichen gehören der Hippocampus und die präfrontale Kortex, die für Gedächtnis, Lernen und Entscheidungsfindung zuständig sind. Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle beim Bilden neuer Erinnerungen. Langfristiger Cannabiskonsum kann das Volumen des Hippocampus verringern, was zu Gedächtnisproblemen führt. Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, haben oft Schwierigkeiten, sich an Informationen zu erinnern oder neue Dinge zu lernen. Auch der präfrontale Kortex wird durch Cannabis beeinflusst. Diese Region des Gehirns ist wichtig für komplexe Denkprozesse, Impulskontrolle und die Planung von Handlungen. Langfristiger Konsum kann die Verbindungen zwischen den Neuronen in dieser Region schwächen, was zu Beeinträchtigungen in der Entscheidungsfindung und Problemlösung führen kann. Cannabis verändert die Art und Weise, wie Neuronen miteinander kommunizieren. THC, die aktive Komponente in Cannabis, beeinflusst die Freisetzung von Neurotransmittern und verändert die Signalübertragung im Gehirn. Dies kann die Effizienz der neuronalen Netzwerke reduzieren, was zu einer langsameren Informationsverarbeitung und einer verringerten kognitiven Leistungsfähigkeit führt. Ein weiteres Risiko ist die mögliche Entwicklung einer Abhängigkeit. Regelmäßiger Konsum kann das Belohnungssystem des Gehirns verändern, was zu einem starken Verlangen nach Cannabis führt. Dies kann es schwer machen, den Konsum zu kontrollieren oder zu beenden. Langfristiger Konsum kann auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Studien zeigen, dass chronischer Cannabiskonsum das Risiko für Depressionen, Angststörungen und Psychosen erhöhen kann. Besonders gefährdet sind Personen mit einer genetischen Veranlagung für psychische Erkrankungen. Die langfristigen Auswirkungen von Cannabis auf das Gehirn sind komplex und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Es ist wichtig, sich dieser Risiken bewusst zu sein, um informierte Entscheidungen über den Konsum zu treffen und die Gesundheit des Gehirns zu schützen. Kapitel 4 Die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit Cannabis hat vielfältige Effekte auf die mentale Gesundheit, die über die kurzfristigen Rauschwirkungen hinausgehen. Während einige Menschen Cannabis als Mittel zur Entspannung und Stressreduktion nutzen, birgt der Konsum auch erhebliche Risiken für die psychische Stabilität. Ein häufiger Effekt ist die Veränderung der Stimmung. THC, der Hauptwirkstoff in Cannabis, kann kurzfristig Euphorie und Entspannung hervorrufen. Doch bei regelmäßiger Nutzung kann es zu Stimmungsschwankungen führen. Besonders betroffen ist die Amygdala, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Veränderungen in diesem Bereich können zu erhöhter Angst und Paranoia führen. Einige Konsumenten erleben nach dem Konsum intensive Angstgefühle oder Panikattacken. Ein weiteres Problem ist, wie schon mal kurz erwähnt, die mögliche Entwicklung einer Abhängigkeit. Langfristiger Konsum kann dazu führen, dass das Gehirn auf die regelmäßige Zufuhr von THC angewiesen wird, um normale Stimmungen aufrecht zu erhalten. Dies kann dazu führen, dass der Konsum immer weiter gesteigert wird, um die gleiche Wirkung zu erzielen, was letztlich in einer Sucht enden kann. Darüber hinaus zeigen Studien, dass langfristiger Cannabiskonsum das Risiko für schwere psychische Störungen erhöhen kann. Besonders gefährdet sind Personen mit einer genetischen Veranlagung für Psychosen. Bei ihnen kann Cannabis den Ausbruch von Schizophrenie oder anderen psychotischen Störungen begünstigen. Gleichzeitig wird Cannabis auch für seine potenziellen therapeutischen Vorteile untersucht. In kontrollierten medizinischen Anwendungen kann es bei der Behandlung von chronischen Schmerzen, PTSD und bestimmten Angststörungen helfen. Wichtig ist hierbei die genaue Dosierung und medizinische Überwachung, um die Risiken zu minimieren. Die Beziehung zwischen Cannabis und mentaler Gesundheit ist komplex. Es gibt keine einheitliche Antwort darauf, wie Cannabis das psychische Wohlbefinden beeinflusst. Individuelle Faktoren wie Genetik, Häufigkeit und Menge des Konsums sowie die persönliche mentale Vorgeschichte spielen eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, sich dieser Faktoren bewusst zu sein und verantwortungsbewusst mit dem Konsum umzugehen, um die eigene mentale Gesundheit zu schützen. Kapitel 5 – Kognitive Funktionen und Gedächtnis Cannabis hat einen erheblichen Einfluss auf kognitive Funktionen und das Gedächtnis. Diese Effekte sind besonders besorgniserregend, da sie die täglichen Aktivitäten und das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen können. Der Hippocampus, ein Teil des Gehirns, der für die Bildung neuer Erinnerungen verantwortlich ist, wird durch THC, den psychoaktiven Bestandteil von Cannabis, stark beeinflusst. Beim Konsum von Cannabis wird die normale Funktion des Hippocampus gestört, was zu Schwierigkeiten führt, neue Informationen zu speichern und sich an Ereignisse zu erinnern. Dies erklärt, warum Menschen unter dem Einfluss von Cannabis oft Vergesslichkeit erleben. Ein weiterer betroffener Bereich ist der präfrontale Kortex, der für komplexes Denken, Entscheidungsfindung und Impulskontrolle zuständig ist. Cannabis beeinträchtigt die neuronale Aktivität in diesem Bereich, was zu Problemen bei der Planung, Organisation und dem Lösen von Problemen führen kann. Langfristiger Konsum kann diese Effekte verstärken und zu dauerhaften Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten führen. Cannabis kann auch die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigen. Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, berichten häufig von Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren und längere Zeit aufmerksam zu bleiben. Dies kann sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben erhebliche Nachteile mit sich bringen. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Cannabis die Fähigkeit zur Verarbeitung komplexer Informationen und zur schnellen Reaktion auf Veränderungen in der Umgebung beeinträchtigen kann. Dies kann besonders gefährlich sein, wenn man in Situationen ist, die schnelle Entscheidungen und Reaktionen erfordern, wie zum Beispiel beim Autofahren. Die kognitiven Beeinträchtigungen durch Cannabis sind oft subtil, aber sie können sich im Laufe der Zeit summieren und die Lebensqualität erheblich beeinflussen. Es ist wichtig, diese Risiken zu kennen und den Konsum entsprechend anzupassen, um die eigenen kognitiven Fähigkeiten und das Gedächtnis zu schützen. Das Gehirn von Jugendlichen befindet sich noch in der Entwicklung und ist besonders anfällig für äußere Einflüsse wie den Konsum von Cannabis. Diese Entwicklungsphase erstreckt sich bis in die frühen 20er Jahre und der Konsum von Cannabis in dieser kritischen Zeit kann dauerhafte Auswirkungen haben. Wie schon häufiger erwähnt, ist ein zentraler Bereich, der betroffen ist, der Hippocampus. Bei Jugendlichen kann der regelmäßige Konsum von Cannabis die Bildung und Festigung von Erinnerungen erheblich beeinträchtigen. Dies führt dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, neue Informationen zu lernen und sich an Gelerntes zu erinnern. Auch der präfrontale Kortex, der für komplexe Denkprozesse, Entscheidungsfindung und Impulskontrolle zuständig ist, entwickelt sich während der Jugendzeit weiter. Cannabis kann die neuronalen Verbindungen in dieser Region stören, was zu Problemen bei der Planung, Problemlösung und sozialen Interaktionen führen kann. Diese Beeinträchtigungen können das schulische und soziale Leben erheblich beeinflussen. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Cannabis den natürlichen Reifungsprozess des Gehirns verzögern kann. Dies kann zu langfristigen kognitiven Defiziten führen und die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Aufgaben im Erwachsenenalter beeinträchtigen. Studien haben gezeigt, dass Jugendliche, die regelmäßig Cannabis konsumieren, ein höheres Risiko für die Entwicklung von psychischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen und Psychosen haben. Die Beeinträchtigung der kognitiven und emotionalen Entwicklung durch Cannabis ist besonders besorgniserregend, da diese Effekte langfristig und oft irreversibel sein können. Eltern, Lehrer und Jugendliche selbst sollten sich dieser Risiken bewusst sein und den Konsum von Cannabis während der Entwicklungsphase des Gehirns möglichst vermeiden, um die bestmögliche geistige und emotionale Gesundheit zu gewährleisten. Kapitel 7 Die potenziellen therapeutischen Vorteile Cannabis kann nicht nur schädlich sein, sondern auch viele gesundheitliche Vorteile bieten. Es wird oft als Medikament verwendet, um verschiedene Beschwerden zu behandeln. Ein großer Vorteil ist die Schmerzlinderung. Menschen mit chronischen Schmerzen, wie bei Arthritis oder Multiple Sklerose, finden oft Erleichterung durch Cannabis. Es wirkt auf das Endokannabinoid-System im Körper und hilft, Schmerzen zu reduzieren. Cannabis kann auch bei psychischen Problemen helfen. Einige Menschen mit PTSD, posttraumatischer Belastungsstörung, verwenden Cannabis, um ihre Angst und belastenden Erinnerungen zu mildern. Es kann auch bei Angststörungen und Depressionen nützlich sein, obwohl man hier vorsichtig sein muss, da Cannabis in manchen Fällen die Symptome verschlimmern kann. Ein weiterer wichtiger Einsatzbereich ist die Behandlung von Epilepsie. Speziell CBD, eine Substanz in Cannabis, hat gezeigt, dass es die Anzahl und Schwere von Anfällen bei Patienten, besonders bei Kindern, verringern kann. Cannabis hilft auch bei Übelkeit und Erbrechen, besonders bei Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen. Es verbessert den Appetit und hilft den Patienten, ihre Lebensqualität zu erhalten. Es ist wichtig, Cannabis als Medizin immer unter der Aufsicht eines Arztes zu verwenden. Die richtige Dosierung und Anwendung sind entscheidend, um die besten Ergebnisse zu erzielen und Nebenwirkungen zu vermeiden. Zusammengefasst hat Cannabis viele potenzielle Vorteile. Wenn es richtig eingesetzt wird, kann es vielen Menschen helfen, ihre Symptome zu lindern und ihr Leben zu verbessern. Cannabis ist eine faszinierende Pflanze mit einer Vielzahl von Effekten auf das menschliche Gehirn. Während es kurzfristige Gefühle der Entspannung und Euphorie hervorrufen kann, sind die langfristigen Auswirkungen komplex und teilweise besorgniserregend. Von Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten bis hin zu Risiken für die psychische Gesundheit und der Entwicklung des Gehirns bei Jugendlichen, die Folgen des Cannabiskonsums sind weitreichend. Abschließend möchte ich dich ermutigen, bewusst und verantwortungsvoll mit Cannabis umzugehen. Informiere dich weiter, höre auf deinen Körper und Geist und konsultiere bei Bedarf medizinische Fachleute. Dein Gehirn ist ein wertvolles Gut. Schütze es und pflege es. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, abonniere unseren Kanal und bleib informiert über weitere spannende Themen rund um die Psychologie. Denke auch daran, die Glocke zu aktivieren. Dein Support hilft uns, weiterhin hochwertigen Inhalt zu produzieren. Bis zum nächsten Mal bei Dunkle Psychologie. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017